Was geht ab? Ach, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Naja, wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander geredet. Bestimmt schon. Lang. War gut. Aber auch das muss ein Ende haben. Schade. Ich hatte ja Hoffnung, dass du geschrieben hast, der Dingsbums, wie heißt das Dingsbums? Provider? Der Provider hat gekündigt. Wir müssen nichts mehr aufnehmen, aber... Du weißt doch, wir werden nicht gerade vom Glück verfolgt. Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Aber auch das hat seine Vorteile. Ja? Bestimmt. Man weiß, worauf man sich einstellen kann. Man erlebt keine guten Überraschungen. Das stimmt. Ich meine, so ohne Hoffnung gibt es sich doch auch echt, äh... Zuverlässig. Ist denn bei dir irgendetwas geschehen in den letzten Monaten, seit wir geredet haben? Mein Glas ist immer viel zu früh leer. Dann schenke doch nach. Ja, aber... Wir wissen doch, wo das hinführt. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, wir haben jetzt etwa so halb eins nachts an einem Donnerstag. Also jetzt ist eigentlich schon Freitag. Und ich bin noch betrunken vom Frühstück. Ja. Deswegen triffst du das Glas nicht mehr zum Nachfüllen. Und was geht bei dir so seit unserer letzten Show? Ja. Elend. 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 Hey, alle guten Dinge sind drei. Ja. Ach, ja. Also man muss ja sagen, wir hatten ja mal vor, uns zu treffen. Eigentlich zweimal. Das eine Mal kamst du nicht, das andere Mal kam ich nicht. Wie beim Sex. Ja. Aber man macht das ja auch nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Das nicht kommen. Ich bedenke meine Argumentationskette nochmal. Ja, wir wollten uns beim Funheim-Treffen in Speyer treffen. Ah, stimmt. Das ist jetzt über einen Monat her, glaube ich. Ja, kommt hin. Da konntest du dann nicht. Ja. Und zwei Wochen später in Wiesbaden habe ich dann abgesagt. War das Wiesbaden? Ja. Jein. Jein. Wenn du erzählen möchtest, wenn ich nicht. Wir sind doch hier nicht zum Erzählen. Stimmt. Ha, ha, ha. Nein, das war ganz, ganz lustig, weil wir begannen in Wiesbaden mit einer kleinen Stadtführung und verlagerten dann relativ zügig das ganze Event in Richtung Frankfurt und endeten am Flughafen auf der Besucherterrasse und guckten den Flugzeugen hinterher. Und winkten. Tschüss, Flugzeuge. Der Ralf Wunk. Ja, wir waren in Speyer ja auch in Flugzeugen, nur dass die nicht geflogen sind, sondern da hingen und gestapelt und Dings. Ja. Das Problem ist natürlich, das letzte Mal Invaders Sim habe ich geguckt vor, was weiß ich, sechs Wochen. Hm, das geht mir auch so. Ich habe nichts auf dem Schirm. Nein, ich weiß nichts mehr darüber. Deswegen besprechen wir jetzt hier wieder drei Folgen. Ah. Nein, ich schlafe schon wieder sowieso schon längere Zeit ganz beschissen. Shit. Und nachdem ich jetzt vorhin dann versucht habe, ins Bett zu gehen und gemerkt habe, okay, das wird nichts, habe ich jetzt entschieden, ich versuche die Nacht einfach durchzumachen und dann morgen Abend früh ins Bett und irgendwie so einen Rhythmus zu kriegen. Ja. Keine Ahnung, ob das klappt. Und wir werden es sehen. Wenn die nächste Folge morgen Abend aufgenommen wird, hat es nicht geklappt. Der Plan klingt zumindest schon mal so, als hätte er Hand und Fuß. Ja. Penis auch, aber wenn man damit nichts anzufangen weiß, ist das halt. Ah. Ah. Habe ich eigentlich Aufnahme gedruckt? Ja, habe ich gut. Ja, ich muss die letzte Folge auch noch hochladen. Ja, das ist eine Folge, also die Hörerinnen werden die jetzt wahrscheinlich schon gehört haben, die wir so immer mal zwischendurch in Einzelteilen aufgenommen haben. deswegen ist sie noch unzusammenhängender als der Rest von uns. Aber ich habe sie Probe gehört und sehr viel gelacht. Das ist schön. Über mich? Auch. Dachte ich mir. Und über unsere Gästin. Wir hatten eine Gästin? Ja. Ich habe mich nicht Probe gehört, ich weiß es nicht mehr. Ich soll dich übrigens vom Daniel grüßen, vom Brumbeerfalter. Ah. Vielen Dank. Viele Grüße zurück an dieser Stelle. Den habe ich eben geschrieben, dass wir jetzt erstmal eine Folge aufnehmen. Der hat sich nämlich in sein Zelt zurückgezogen. Ah. Ach ja. Wo treibt der sich denn gerade rum? Ich habe nur irgendwas gesehen, dass der in Richtung Skandinavien unterwegs war. Genau, da ist der auch. Ah, ich dachte, wir sind wieder zurück. Nein. Also der hatte teilweise Urlaub und jetzt hat er so Teilurlaub. Er ist jetzt wieder bei dieser Reisegruppe. Und ich habe was in den Zähnen hängen. Ich habe nämlich gerade erstmal gegessen. Ich hatte nämlich den ganzen Tag noch nichts gegessen. Deswegen habe ich mir mein Fingerfood in den Ofen geschoben. Aber mein Ofen ist kaputt. Habe ich das schon erzählt? Nein. Ja, das trifft sich gut. Könnt mit unserer Spülmaschine zusammen meine Küchenanrichtung einlehnen. Das ist wundervoll, oder? Ein Traum. Das heißt, du hast neue Finger. Ja. Das trifft dich gut, weil dann können wir das Daumenglas wieder auffüllen mit neuen Daumen zum Drücken. Ja, einen hätte ich. Also es war kein komplettes Set, was ich da so hatte. Ich meine, manche braucht man ja eh nicht unbedingt. Daumen? Daumen werden überbewertet. Okay. Aber wenn einem im Winter kalt ist, braucht man die Daumendecke. Ja. Die Nägel halten warm. Ja. Weißt du, Jesus war einfach nur kalt am Kreuz? Hm. Ich meine, der hatte ja nicht wirklich viel an. Stimmt. Und in der Höhe ist es vielleicht auch ein bisschen zogig. Ja. Wenn der Hauch des Todes einen dann auch noch umweht. Oh, mich umweht eine Mücke. Scheißwehe. Tja, dann lebst du wohl noch. Ja, das ist jetzt nur eine normale Stubenpflege. Ach so, ja, okay. Gestern habe ich festgestellt, oh, ich sagte so vor dem Spiegel, wieso kriege ich so viele Pickel auf einmal. Und da habe ich genau hingeschaut und da waren das aber auf meiner Stirn fünf Mückenstiche. Ach, wie schön. Ja. Wundervoll. Siehst du, niemand ist unnütz. Nein, ich könnte vielen Insekten als Nahrung dienen. Apropos, mein Eichhörnchen ist wieder da. Okay. Ich habe es ja jetzt lange nicht gesehen, aber es ist jetzt diesen Herbst wieder zurück. Es hüpft über, ich glaube sogar es sind zwei. Das eine ist so ein bisschen hellrotbraun und kleiner und das andere ist ein bisschen dunkler und, naja, größer. Ich habe sie aber noch nie zusammengesehen, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber es ist wieder da. Woher weißt du, dass es die gleichen Eichhörnchen sind? Das weiß ich. Okay. Vielleicht. Ich lag jetzt im Sommer ja wieder regelmäßig in meiner Hängematte am Waldrand. Und wenn man da mal so am Wochenende so den ganzen Tag liegt, dann kriegt man mal Besuch. Und dann läuft mal so ein Reh vorbei. Und irgendwann hat es über mir geraschelt. Dann habe ich mal so hochgeguckt. Und ich habe dann eine halbe Stunde lang dem Eichhörnchen zugeguckt. Bis da über mir auf dem Ast saß, Nüsse gegessen hat, mich mit den Nussschalen beworfen hat und laut geschimpft hat, wahrscheinlich, weil ich da lag. Schon putzig. Ja. Und vor kurzem habe ich auf der Garage, auf dem Blechdach, ein klack, 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 kleiner Füße gehört. Ah, eine Katze. Nein, ein Marder. Ja. Nüsse Marder sind ja auch nur Katzen. Er hat mich verwirrt angeguckt und ist ins Gebüsch verschwunden. Ich habe ihn komisch angeguckt und bin ins Gebüsch verschwunden. Aber das liegt halt daran, dass mein Klo ja nicht geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Für immer noch nicht. Nächste Woche wird jetzt also das Bad neu gemacht. Mhm. Und nächste Woche wird dann so die Planung vervollständigt. Und dann kann es sich nur noch um Jahre handeln. Ei, ei, ei. Weil die Klospülung mit einer Gießkanne ist halt irgendwie nicht so super praktisch. Ich empfehle Putzeimer. Als Kloersatz oder zum Spülen? Wie du willst. Da ja, wenn ich das jetzt, unsere Hörer mögen das bitte entschuldigen, das jetzt mit Halbwissen prahle. Aber ich meine, ein deutsches Klo muss 10 Liter Flüssigkeit durchlassen, um sauber zu spülen. Und das ist ungefähr die Menge eines guten Putzeimers. Ja, es ist vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Ich habe nur so eine kleine Gießkanne. Es kann gut sein, dass sie zweieinhalb Liter hat. Also wirklich so eine kleine nur. Und ich brauche mindestens vier Kannen voll, um ordentlich zu spülen. Siehste? Ja. Einmal in der Woche. Ja, gut. Na, ich habe hier halt noch ein Ausweichklo. Das ist aber gerade nachts doch ein bisschen weit entfernt. Deswegen pinkele ich da meistens vom Balkon. Da guckt der Marder auch verwirrt und schimpft. Ach, ach, ach. Ja. Beim Backofen ist an der Seite, wo diese Schienen drin sind, diese Halterung von den Schienen ausgebrochen. Ah, okay. Und die kann man nur austauschen, wenn man den Backofen komplett ausbaut, aufmacht und von innen dann diese Dinger macht. Und ja, es ist halt auch aufwendiger, vielleicht nächste Woche auch irgendwann mal. Ja, bei uns ist es spülmaschinemäßig ein, wie heißen die denn, Sprüharm, wo man quasi auch die Spülmaschine vorziehen muss, Deckel ab und dann eine neue Mutter von innen dran möppeln muss, die diesen Sprüharm hält. Ähm, die Frage ist halt, investiert man die 100 Euro in Ersatzteile für eine 1984er Spülmaschine? Hm. Oder, äh, sagt man, komm, 200 Euro und einfach eine neue hingestellt? Ja, wo bleibt denn da die Nachhaltigkeit? Ich esse jetzt übrigens einen Süßle-Riegel, falls sich die Geräusche wundern. Mach das. Ähm, ich beneide dich ein bisschen um deinen Müsli-Riegel. Willst du? Hm, ich nage noch ein bisschen hier am, äh, was habe ich denn, einen Brief von der GZ. Oh. Der ist auch nahrhaft. Ähm. Und das Thema vom Balkonpinkeln finde ich immer wieder schön, weil das haben wir früher auch gemacht. Als Jonas und ich noch zusammen gewohnt haben. Tja. Ich habe ja nicht so viele Ziele im Leben, aber einmal möchte ich doch in dein Cabrio reinpinkeln. Mir gefällt, wie du denkst. Mir gefällt es, wenn ich mal denke. Die Frage ist jetzt nur, es würde sich ja anbieten von der Brücke runter. So eine Ampel wäre toll. Ja, die Frage, die ich mir gerade stellte, war lieber im Stau, wenn das Cabrio unter der Brücke steht. Dann ist natürlich die Chance größer, dass der Cabrio-Fahrende einen erwischt und eventuell wiedererkennt bei einer Gegenüberstellung ohne Hose. Dieser Penis war es, dieser Penis war es. Ähm. Oder in den fließenden Hi-Hi-Verkehr. Was natürlich eine gewisse Unfallgefahr mit sich zieht, weil der Fahrer natürlich verreißen könnte, wenn er sich erschreckt. Ja, das, nein, also, wenn, dann soll schon jemand was davon haben, so an der Ampel, wenn das Cabrio da steht und ich vorbeigehe, einfach mal so auf den Beifahrersitz pinkeln und hoffen, dass er gerade niemand sitzt. Hm, hm, verstehe. Hoffen, dass es nicht gerade so, äh, ein Betriebsausflug des örtlichen, äh, Bodybuilder-Vereins ist. Oder Nazis anpinkeln, das ist auch immer gut. Nazis in Cabrios. Wenn bei Capri der doofe Nazi im Meer versinkt. Jetzt habe ich Müß, die Regeln in den Zellen. Ach ja. Hm. Oh, oh, was ist das? Hm, 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 hm. Vielleicht war ich das. Hm, kann sein. Tja. Die Mücke sitzt an meiner Stirn, ich gucke mal, ob ich sie erwische. Au Ich hab meine Stirn nicht getroffen Das nächste Mal musst du einfach ein schweres Buch nehmen Das hab ich eben zur Seite gelegt damit ich Platz für die Technik habe Wir sind hier wieder voll Mutti Motori Ach Dings Die erste Woche arbeiten nach vier Wochen Urlaub ist rum Oh je Dann könntest du Urlaub brauchen, oder? Ach, ja Schon Aber Was will man machen? Da muss ich jetzt durch Ja Ich bin auch durch Ich hab die Tage Die Löhne gemacht Für diesen Monat Die muss man immer früh genug machen Und da ich wusste, dass er ein Update haben will Hab ich das schon ein, zwei Tage früher gemacht Das war auch kurz so Denn ich hatte plötzlich Fehlermeldungen von Januar 2018 an Oh Sehr schön Da habe ich lange dran gesessen Bis ich rausgeregt habe Was zum Teufel der von mir will Und er wollte nur eine Eine Zahl nachgetragen haben Die überhaupt In dieser Abrechnung vollkommen überflüssig ist Er wollte aber in jeder Abrechnung Einzelnen nachgetragen haben Diese Zahl Yay Und ja Ach, ja Aber ich habe ja nicht so viel zu tun Das geht ja dann Technik, die begeistert Da, 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 da Da, da, da Du datest nicht Ich datet dich War das gerade die Mücke Ich weiß nicht Ich war beschäftigt Mir soll ich das den Zähnen zu kratzen Möchte ich das alles Ich dachte, ich hätte da eben Ein Brummen gehört Gibt es denn sonst noch Neues bei mir? Wann haben wir denn zuletzt miteinander gesprochen? Das ist echt ewig her Vor oder nach meinem Urlaub Wenn du vier Wochen Urlaub hattest Und eine Woche nicht Urlaub Jetzt Dann war das vor deinem Urlaub Ich war an der Ostsee Habe ich das schon erzählt? Nein, hast du auch noch nicht erzählt Ich war an der Ostsee Für drei Tage War sehr hübsch Und habe sonst ein paar kleinere Ausflüge gemacht Mit meiner Frau Ich war zum ersten Mal Seit gefühlt 100 Jahren Mal wieder im Schwimmbad Oder war ich auch schon ewig nicht mehr? Ist das Wasser immer noch nass? Leider 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 Was gab es denn noch? Ähm Ich habe köstliche Burger gewissen Zu viele Kilo Laps Werden immer merkwürdiger Die sind sehr fleckig Und diese Flecken Fressen sich dann so richtige Löcher rein In die Früchte oder die Blätter? In die Früchte Das ist aber ziemlich ätzend Also es ist nicht, dass es ein Insekt wäre Irgendwas Das ist Wenn das einfach nur so außen wäre Könnte man es abschneiden und fertig Ich nehme die Eversauce Ja Aber so ist das echt unappetitlich Ja Deswegen weiß ich dann nicht Also viel Ernte werde ich nicht haben dieses Jahr Mhm Und die Physalis Ja Die normalen Physalis Die werden langsam Mhm Und dann obwohl ich alles aus dem selben Samen gesät habe Habe ich einen Strauch, der viel kleiner ist Mhm Viel dichter Und der hat unheimlich viele kleine Und mittlerweile auch schon reife Physalis dran Die aber auch anders schmecken Die haben so ein Ananas-Aroma Witzig So welche hatte ich auch noch nie Das ist lustig Hm Nicht schlecht Nicht schlecht Okay Sind ein paar Also so kleinere Gurken Und ein paar dran Die werden auch schön Cool Meine Kürbispflanzen annektieren inzwischen den Garten Nachdem Pflanze 1 das Efeu ersetzt hat Als Bewuchs der Wand zum Nachbarn Hat Pflanze 2 jetzt die Tuya erklommen Und bekrabbelt das Garagendach Schade, dass die nicht winterhart sind Es wäre schön, so komplett alles mit Kürbissen zugewachsen Hängen auch einige dran Bin gespannt, ob die was werden Ähm Ich denke schon, dass du da zumindest ein Teil ernten können wirst Zierkürbis oder Esskürbisse? Hokkaido Ah, sehr schön Die Zucchini wollte ich eigentlich schon wegschmeißen Weil sie ziemlich hinüber aussah Das haben sie mir scheinbar übel genommen Und haben es lauter neue Zucchinis ge Zucchini Naja, das wolltest du bei mir auch schon mal machen Und Du hast dann auch eine große dicke Zucchini bekommen Ja Immer wenn ich sie sehe Zack Meine Zucchini hat braune Stellen und wird ganz feuch Nein, ich rede nicht vom Gemüse Ist die auch angefressen von Schnecken Schnecken habe ich schon ewig keine mehr gesehen, lustigerweise Ja, mit der Meinung war ich auch Bis ich meine Zucchini-Pflanzen in Richtung des Efeu-Beets gestellt habe Also Kürbis Und scheinbar Äh, nee, andere Seite vom Garten Und scheinbar wohnen in diesem Efeu-Dschungel Wo es scheinbar schattig und feucht genug ist Doch noch Schnecken Weil Ja Ach Schneekelein Verdammte Schnecken Oder Oder es waren die Wespen, die da drin wohnen Das könnte auch sein, dass die das Angefressen haben Und ich hatte gestern auf meinem Balkon Einen Riesenhaufen Dreck Mhm Und dazwischen vereinzelt tote Wespen Mhm Und dann habe ich nach oben geschaut Zu diesem Wespennest Das da so wirklich in dieser Dachspitze hängt Das ist das Nest Aus dem die Wespe kam Die mir auf die Klatze gestochen hat Und das sieht aus, als wäre es halb explodiert Also ich weiß nicht, ob da irgendein Tier dran ist Aber Da kann eigentlich auch kein Tier so drankommen Höchstens ein Vogel oder sowas Ja Wer weiß Tja Wespen legt euch nicht mit mir an Oder Die Wespen hatten oben ein heimliches Meth-Labor Das ist hochgegangen und Ganz ehrlich So wie die drauf sind Glaub ich, das könnte sein Ach Meth-Wespen Ja, Chilis wachsen ganz gut Die erste Hälfte trägt schon Reife Chilis Und die andere Hälfte ist noch Ausbaufähig Also dieses ganz sauscharfe Habanero-Zeug Wartet noch auf seine endgültige Reife Die Tomaten tragen ganz hübsch Ja In den nächsten Tagen soll es ja auch nochmal so Ziemlich sommerlich werden Ernsthaft Ja, leider Ach, dann müssten die Nachbarn wieder damit leben, dass ich keine Hose trage Ich habe nämlich keine kurze Hose mehr Meine kurze Hose hat ihren Knopf verloren Das ist ganz praktisch Weil dann kann man mehr essen Ja, das ist auch nicht ganz verloren Der hängt noch an einem Faden drunter Ja, das ist auch nicht Ach, ich wollte irgendwas über das Kochen erzählen, aber das war vor vier Wochen und ich weiß nicht mehr, was ich gekocht habe. Ich glaube, ich hätte mal wieder Bock auf irgend sowas Asi-Mumpfiges. Ach, ich wollte mal wieder Kimchi machen demnächst, fällt mir da ein. Ich hatte eigentlich heute, also gestern mittlerweile vor, so verschiedenes Gemüse und Fisch mit Teriyaki-Soße und anderem Zeugs so im Backofen, im Aluschälchen zu garen und dann so kurz durch die Pfanne zu ziehen, damit es ein bisschen Röstaromen kriegt und vielleicht ein bisschen Wildreis dabei oder sowas. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, da tatsächlich zu kochen. Ich war aber auch letzte Woche, vorletzte Woche mit den Nachbarn essen. Wir hatten die Nachbarn eingeladen, weil die hier so bei Reparaturen geholfen haben. Okay. Und zwar auch zu so einem China-Buffet mit Showcooking. Ah, okay. Ja, nicht Showcooking, sondern Showcooking. Ich verstehe. Ich muss vielleicht die Kopfhörer lautet rein. Ich könnte auch, ne, ach, was soll's. Ne, passt schon. Wobei China-Laden mit Showcooking echt cool wäre. Ja, das ist schon, die haben auch nur eine ganz große Sushi-Auswahl immer und auch, das ist schon geil. Oh. Ich glaube, ich habe 13 verschiedene Tiere an diesem Tag gegessen. Minimum. Interessanterweise, das ist mir dann so beim Überlegen aufgefallen, gab es kein Schwein. Witzig. Wie stehst du eigentlich zu Strauß? Ähm, ja, auch schon gegessen. Äh. Ja, warum nicht? Mhm. Also jetzt in dem Fall gab es Kengo. Mhm. Ist so ähnlich wie Rind, ein bisschen zäher vielleicht. Ja. Da habe ich dann auch wieder genug gegessen für eine Woche. Aber man muss Buffets ja ausnutzen. Das stimmt. Ich muss morgen unbedingt einkaufen fahren. Das hilft nichts. Ich habe noch bis Montag Zeit. Ich habe voll Bock auf diese, auf diese kleinen Teigtaschen gefüllt mit Kimchi. Mhm. Mhm. Ja gut, andererseits. Ja gut, andererseits. Mhm. Dann werde ich da, weil es auf dem Weg liegt, einfach auch mal einkaufen. Ich glaube, ich habe das meiste Müsli-Zeug aus den Zähnen wieder rausgekriegt. Cool. Könnte ich noch eins essen? Was habe ich denn noch? Ich überlege auch, weil es war bestimmt noch irgendwas. Ja, bestimmt. Weil ich es eigentlich seit dem Potsdok fast jedes Wochenende irgendwas hatte. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Oh. Ich habe jetzt ein vorläufiges Zeugnis. Das heißt, die Uni scheint sehr sicher zu sein, dass ich wirklich einen Abschluss habe. Vorläufig. Das wäre ja nicht schlecht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Hm. Ach 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 Hmm Ach ach Dreimal vor dem Spiegel Windows Update sagt fällt der Spiegel von der Wand Sei wie der Spiegel Ach ja Ich finde es schön wie sich der Herr Remford mit Shibo anlegt Ja Was war das denn für ein lustiges Produkt ich habe das nur so am Rande gesehen Ach irgendwas energetisches Ich weiß nicht Ach stimmt war das nicht so Heilsteinzeug ins Wasser oder so Ich stehe da voll drauf Ich fände das total klasse Ja ich auch Steine im Wasser das ist super Ja Steine in der Niere Oder in der Galle Ist nicht so gut aber wenn du die Steine erstmal geschluckt hast Ach wenn sie energetisiert sind ist das okay Glaube ich Dann kann nichts mehr schief gehen Ich glaube ich hole mir einen großen Edding und gehe rum und male den Leuten einen Strich auf die Stelle und sage ich habe sie jetzt energetisch entstört Ach Flo irgendwann haben wir unsere eigene geschlossene Das wird cool Ja Ach Jeder kriegt einen Müstelriegel und einen Edding und der Tag ist gerettet Jetzt werden meine Füße langsam wieder warm Die waren vorhin echt kalt Hm Was sollten so alles ausmachen Eigentlich schon eine krasse Erfindung Ja Ja Wie der Mensch wohl auf die Idee kam Das hat er sich bestimmt bei der Natur abgeguckt Weißt du Weißt du Er hat ja irgendwo so Auf der Lauer gelegen Er ist auf der Lauer gelegen Er ist auf der Lauer gelegen Und da kam ein tausend Füßler vorbei Und hat sich hingesetzt Und hat angefangen Die Socken anzuziehen Und so nach den ersten 100 200 hat der Mensch gedacht Hm Da muss ja schon was dran sein Ah Mein Auge juckt Lustig Ich habe gerade wieder mal auf Twitter jemanden gefunden Den ich nicht kenne Der mich geblockt hat Also nicht, dass ich das nicht auch mache Ich blogge ja ständig und ganz viel Aber das finde ich immer lustig Witzig Tja Nicht, dass ich da Vielleicht bist du den falschen Leuten gefolgt Dir Tja Ach Nur weil ich mit den Süßigkeiten hinter dir her gerannt bin Ach Gerufen hab Nimm diesen Müsliriegel Nimm diesen Müsliriegel Willst du mal an meinem Lolli lutschen? Mal einen krümeligen Müsliriegel kauen Ja Ja Das war nicht so angenehm Für uns beide nicht Aber ein Erlebnis soll das gleichen Ja Bist du in die Nachrichten gekommen? In Guatemala Ja Zweimal Oh ja Na gut Das zweite Mal sind wir in den Nachrichten gekommen Ja Ja Ich hätte nicht so hart lutschen sollen Das war schön Für dich Ja Ich musste mir das Zeug wieder aus den Zähnen pullen So schließt sich der Kreis Ja Da können wir uns auch nie wieder sehen lassen In gute Maler Ja Aber in schlechte Maler Da noch Zum Glück Ja Da haben wir uns immer benommen Ja Benommen wie die Irren aber wir haben es verdommen Ach Flo Ach Flo Ach Flo Warte was Don't stop believing Don't stop believing Wenn wir jetzt am Ende der Sendung wären hätten wir dieses Sopranos Ende machen können das Lied wäre passend gewesen Ich muss mal kurz Geräusche machen die dir nicht gefallen werden So Das war's Ich fand's toll Soll ich gleich nochmal Ja Ja Das ist schön Ich weiß nicht genau was es ist aber es ist schön Komm vorbei und ich zeig dir was das war Aber nicht mehr Okay Dann kann ich die Schraube ja wieder ein bisschen lösen Oh Hat sich der Kreis geschlossen Am Cockring Hihi Der kurze Blick ob die Kamera wirklich aus ist Nein Also ihr könnt echt froh sein dass wir kein Video Podcast machen oder wie das heißt so YouTube Zeugs getöns weil wir sind echt kein schöner Anblick Wir wären voll die Influencer Oh ja Bei uns würden Mediziner noch in Jahren Ja So haben halt nur die Psychiater was von uns Was freut 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 mich auch Das hast du schön gesagt Ja ich weiß Da ist ein Knick in meinem Kabel Ja entschuldige ich habe ein bisschen festgeblast Da ist einfach ein neuer Schlauch drüber glaube ich Schläuche schützen Ja Da macht man die kurz heiß und dann schrumpfen die drum und dann Passiert nichts mehr Ich brauche keinen Schlauch bei mir passiert eben nichts mehr Vielleicht muss da ein paar energierte energetisierte Heilkristalle irgendwie da rein Entschuldigung ist das ein Zäpfchen Das wäre ein Thema für den Podcast Das wäre ein Thema für jeden Podcast Das wäre ein Thema für jeden Podcast Dann Lassen wir es andere machen Okay Obwohl Vielleicht gibt es auch etwas von Shibo Von denen will ich nichts Warum Weil du nicht gut Ski fahren kannst sondern mehr Snowboard Kann ich auch nicht Ich werde versuchen nächstes Jahr einen Surfkurs zu machen Ui Und das nicht im Internet sondern im echten Leben Mit Wasser und so Warum das denn Damit ich endlich mal gewaschen werde Und damit ich Gelegenheit habe meinen dicken Körper in einen hautengen Neoprenanzug zu pressen Hm Schlumpf Schlauch Klein und blau und nicht so lang Und hinten hängt ein Schlumpf noch dran Bloing Mein linkes Nasen doch geht zu Oh hast du schon das neue VW Logo gesehen? Nein Ehrlich ich erkenne keinen Unterschied zum alten Was für ein Scheiß Tatsache Es gibt ein neues VW Logo Äh Nein 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 Auto Auto Wir sind vergnügt und froh Lapp, tapp, 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 tapp Auto, auto, auto Auto, automobile Nen, 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 nen Automobile Na, 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 automobile Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich jetzt ein bisschen Headbangen Außerdem steht dein Laptop mit dem Mikro auf meinem Schoß Das wäre so praktisch Wir haben uns heute Auf Arbeit überlegt, wie viel Wie viel Watt man wohl durch einen 21 Zoll Subwoofer pumpen müsste Um quasi die ersten Reihen vor der Bühne Quasi Zwangshed zu bangen Weil sie einfach durch den Schalldruck mitbewegt werden Und das sähe bestimmt sehr lustig aus Ja, wahrscheinlich würden auch ein paar Leute sterben Aber lustig würde es aussehen Wenn halt der Drummer einfach die Bassdrum einmal kickt und Und das Genick knickt Die ersten Reihen so einen Meter nach vorne und einen Meter zurück machen Ich hätte schon, also Ich würde mir so eine nicht-tödliche Variante So als Bewegungstherapie wünschen Weißt du, wo ich mich nicht selbst bewegen muss Aber trotzdem Sportlich durchge... Ja, ich verstehe Oder wenigstens so in klein So, weißt du, für die Blockflöte Aha, aha Wenn mein Fuß so neben dem Bett runterhängt Wird er doch wieder kühler Vieles, was hängt, wird kühler Ja Hashtag Seil Lünsch, 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 Lünsch Lünsch, 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 Lünsch Ich weiß echt nicht mehr, was ich so in den letzten Wochen gemacht habe Ich wüsste auch nicht, wo ich nachgucken können Und hätten tun würde Weil du nicht darüber getwittert hast? Ja, unter anderem Mein letzter Stand War, dass du Auf einem Janus-Konzert warst Ach stimmt, da war ja auch noch was Wie war es? Es war Ein Festival Mhm Für das ich einfach zu alt bin Das Konzert war schön Es war mal wieder so ein richtiger Rock-Gig Also richtig laut Und man hätte Genicke brechen können Ja Das ist richtig Ja Ich brauche ja dazu Nichts extra, um mir was zu brechen Also ich habe irgendwann gemerkt Dass mein Rücken Da einfach nicht mehr so mitspielt Wenn ich so eine Stunde da rumstehen muss Mhm Ähm Das war nicht so toll Aber das Konzert hat Spaß gemacht Du musst einfach mal tanzen Dann merkst du das gar nicht so Ich habe mit dem Fuß gewippt Manchmal Ich weiß, warum wir uns so gut verstehen Warum? Ich stehe auf Füße Oh Dann empfehle ich dir die Filme von Quentin Tarantino Da kommt doch jetzt auch ein Neuer, ne? Ja Ich bin auch gespannt Also hier läuft er noch nicht Aber Mal gucken Okay 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 Aber ich habe dich unterbrochen Was eigentlich gar nicht meine Absicht war Ja Ich weiß auch nicht Ob ich noch groß was zu erzählen hätte Es war nett Die haben Sehr viel Der alten Sachen gespielt Mhm Und ein paar ganz ganz neue Die mich Noch nicht wirklich überzeugt haben Aber mal gucken Wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr So hier und da mal Ein richtiges Konzert Nicht nur diese Festival Sachen Mhm Die ja einfach auffällig und teuer Und so weiter sind Ja Da werde ich dann doch schon mal Glaube ich noch Das ein oder andere mitnehmen Vielleicht doch wieder alle Leider habe ich es nicht geschafft Auf diesem Konzert Dann Leute zu treffen Die ich hier von Twitter kenne Oder auch von Podcasten Mhm Aber es lag halt auch daran Dass wir Wirklich nur für dieses eine Konzert Dahin gefahren sind Und nicht viel Zeit So drumherum hatten Ich hatte kurz die Vorstellung Wie du mit so einer Mit so einer Brille Mit so künstlichen Augenbrauen Und einer falschen Nase Mit Bart In Cognito Auf so Konzerte gehst Ja ich hatte diese Brille Wirklich in meinem Cognito Ihre Nase tropft Ja das macht sie öfter Die freut sich nur dich zu sehen Nenn mich Pinocchio Pornocchio Okay Tja Oder Wie man es hier sagt Tja Haben wir unsere Schuldigkeit getan Für die nächsten zwei Monate wieder oder? Schon Wir könnten ja jetzt noch über Invader Sim reden Um Ich denke Wie man es hier gesehen